Wenn ich irgendwo arbeite, außerhalb Bulgariens, dann habe ich auch gerne einen Direktflug, aber manchmal geht er dann über Wien und manchmal geht das über Budapest, das ist schon sehr anstrengend. Da kann man natürlich auch, finde ich, Brandenburger im Ministerium einem Straftäter nicht zumuten in sein Heimatland, so ohne Direktflug abgeschoben zu werden, ist bestimmt auch ein Sicherheitsrisiko.